hallo minecraft und willkommen zur nächsten folge minecraft hermit pack da oben sitzt noch eine eule ich glaube ich werde nicht mehr wir wollten eigentlich zurück zu unserem spot genau und haben letztes mal insgesamt zwei dörfer zwei neue dörfer gefunden aber alle ohne schmelze ein bisschen doof ist weil das ist eigentlich der grund weshalb wir überhaupt losgezogen sind wird sie mal hier mal danke wir pflanzen mal unser bett dahin genau wir suchen immer noch ein dorf mit schmelze befinden uns aber schon auf dem rückweg weil wenn wir keins finden dann müssen wir vielleicht mal in die andere richtung gehen vielleicht finden wir dann eins mit schmelze ich muss runterfallen das tut doch weh ja so ist es und baum zu baum springen ist eigentlich nicht so mein hobby aber es funktioniert und solange es funktioniert machen wir das halt einfach mal bis wir sterben ist ja logisch wie immer bei mir kennt ihr ja nicht anders von mir so noch 500 meter geht doch mal hier macht es mir doch nicht immer so schwer gibt mir noch ein dorf und dann bin ich zufrieden über die bäume zu rennen ist eigentlich ein bisschen doof weil das immer so laufen dann muss man von baum zu baum springen oh gott wir haben so viel nahrung dabei so viel zeug das muss eigentlich für alle restlichen folgen reichen da waren wir ja schon ich will ich will dahin wo wir noch nicht waren in der richtung weil wenn wir da schon mal waren dann ist da entweder kein dorf oder ich habe schon mal nachgeguckt so wir nähern uns an ich will so ein doofes dorf finden mit schmelze bitte nicht ohne mit warum sind hier spinnen ach da ist eine höhle ok ok wenn da eine höhle ist dürfen da spinnen sein in der höhle müssen spinnen sein ich will in der richtung noch mal gucken wir gehen gleich im rechtsbogen zurück zu unserer base da ist ein swamp da ist ein sumpf sumpfbiom und zwar nicht mal ein kleines also wenn wir wieder clay brauchen hola die waldfee schmiede zuckerwohren nehmen auch mit wir sind ja nicht so so wählerisch sind wir ja nicht wir wollen bloß eine schmiede hm so wir sind gleich zurück in unserer base oder an unserer base ja innen gibt es ja noch gar nicht gibt ja noch kein haus oder so nur ein erdloch in der schmelze steht wir sind an dem an dem fleckchen erde bei dem das lava die lava ist gut also voll scheiße wir haben nichts erreicht was wir wollten na ja wir wollten ja eigentlich ähm keine nahrung sondern ein dorf finden mit einer schmelze wahrscheinlich steht da hinten auf der oh da war ein skelett das bone meal können wir gebrauchen ja wobei im moment eigentlich nicht mehr durch das dass wir jetzt so viel anderes zeug haben das passt alles hier gar nicht rein machen wir einfach mal alles rein was man nicht brauchen das dann nicht naja den zack machen wir auch rein darüber alles hier rein das da rein das rein und dann den zack nehmen wir mal mit und dann forsten wir nämlich da drüben nochmal unser unser kleines Fältchen auf und wenn wir das weg machen hä? das macht ein 3x3 weg das ist ja krass aus nein typisch typisch eine letzte fast letzte ach da kommen lauter Würmer raus stimmt ja ich hab mich gerade gefragt was da immer weg kloppt ne ist es jetzt wieder eingefallen ne 2w und 2w ok dann gucken wir mal kurz hier rein Kaffee Kartoffeln dann Flax brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht äh das brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das nehmen wir mal mit dann Karotten Parsnip könnten wir mal anbauen eigentlich habe ich von vielen gar keine Ahnung was das wirklich ist Reis 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 Senf Wintersbleche ich weiß wie gut das machen wir auch das auch Bell pepper auch Petrol seeds ach so das ist fertig dann muss man die anbauen Coompa Chili Mais Ja Ich brauche jetzt einfach mal alles an und natürlich so dann hier dann machen wir hier noch Kaffee nochmal das mit dann nur ja mal hier und lustiges anbauen von irgendwelchen zahlen t sie doch schon ganz gut aus So, und dann machen wir hier noch ein Döfter. Dann können wir sogar zwei Reihen machen. Passt. Und dann kommen hier noch Potatoes hin. So, unser Farm... Äh... Habe ich den jetzt hoch gemacht? Mann. Unsere kleine Farm-Ecke ist ein bisschen größer geworden. Das freut mich. Den Baum auch mal weg. Der stört mich. Die Farm freut mich, der Baum stört mich. So, weg damit. Ah, hier haben wir noch nichts ausgeleuchtet. Dann machen wir das doch mal. Gut. Was ist da oben? Weil es da ist. Pictureplant. Okay. Lassen wir mal da. So viel geschafft, diese Folge. So, und jetzt können wir den Sack wegpacken. Und, ähm... Was ist denn da unten? Was ist denn das da? Ich erkenne das nicht. Wir müssen noch mal losziehen. Ich brauche diese... Ich brauche diese... Ich brauche diese... Na, warte mal. Ja, ich muss ja, ich muss ja die Schablonen irgendwie haben. Ich kann die ja nicht einfach so machen. Und deshalb, äh, müssen wir... Gehen wir noch mal in die Richtung. Nein, da springen wir nicht runter. Mit Sicherheit nicht. Gehen wir noch mal in diese Richtung. Ich wollte eigentlich nicht so viel jetzt auf... auf Erkundungstour gehen, aber ich muss gehen. Ähm... Dann bleiben wir auch hier oben. Wir müssen auf Erkundung gehen, weil sonst... Kommt man nicht vorwärts. Und immer diese Berg- und Talfahrten hier. Ich höre Skelette. Dann sollten wir hier vielleicht uns nicht länger aufhalten. Sondern nach oben gehen. Weißt du, das Doofe ist ja, wenn ich jetzt hier wirklich so... direkt nebendran so ein Dorf finde... Dann war wirklich alles umsonst. Also nicht umsonst, aber... halt unnötig, dass ich... dass ich so weit gelaufen bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde gleich so ein Dorf finden. Oh, ja. Zumindest eine Wüste. Dann gucken wir uns, ob wir da noch mal einen Tempel finden. Und dann soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Wahrscheinlich, wenn wir da einen Tempel finden. Weil bis wir den gehoben haben, das dauert ein bisschen. Spar. Und ein Wüstendorf. Und ein Wüstendorf. Nein. So. Jetzt. Jetzt kommt es drauf an. Nein. Ich habe nichts zum Hochbauen dabei. Vorsichtig. Ich habe nichts zum Hochbauen dabei. voll mal wieder in den Abgrund gestürzt. In Ekstase, dass hier endlich wieder ein Dorf ist. Warte mal. Lass mich doch mal gucken hier. Hast du da irgendwas? Das waren ein paar Bücher. Wir haben schon 63 Bücher gefunden, ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Was hast du denn da? Ein Skub. Ein Skub und andere Sachen. Ich gehe mal hier weg. Wie Bienen, die Bienen sind wir hier nicht, mir hier nicht geheuer. Da ist bestimmt sowieso wieder nichts in der Kiste. Ja. Kennen wir ja schon. Hallo, würdest du mich mal, würdest du mich mal bitte? Danke. Aber ich finde es doof. Ich finde einfach kein... kein Ding da. Gibt es jetzt noch ein Tempel oder nicht? Dorf schön und gut, aber... Ich finde einfach nicht das, was ich brauche. Ja, geh mal da hoch und guck mal von da. So, da hinten ist noch mal eine Wüste. Und sonst sehe ich hier gar nicht viel. Sieht schlecht aus. Also, das war es aber dann auch wieder von dieser Folge. Immer noch erfolglos auf der Suche nach... Ah ja, diesen Schmelderrissing. Aber wenn ich jetzt keine gefunden habe, dann beende ich hier auch erst mal die Suche. Kümmer mich um andere Dinge, wie vielleicht den Hausbau oder so. Oder vielleicht sogar schon um Technik. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Minecraft Hermit Pack. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like oder einen Kommentar da oder sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao, Minecraft.